heilige leute herzlich willkommen neue video heute ich muss euch leider sagen dass diese woche vielleicht kommt kein video weil ich bin seit freitag krank und heute fühle ich mich auch scheiße auch wenn man mich nicht so gut hören also richtig nicht verstehen so in mein kopf so kopfschmerzen diese woche weiß ich nicht ob ich jetzt höchsten am mittwoch aber wenn geht nicht mittwoch dann glaube ich erst am nächsten woche leider kann ich muss ich das heute wollte ihr euch bescheid sagen und deswegen ist auch der samstag der mut für mich auch nicht angekommen weil ich war auch krank weil ich war so krank ich konnte nicht überhaupt nicht so bewegen ich wurde nun sehen da hatte so ein schmerz sogar ganz und ich hatte so dass ich wollte nur euch nur kurz bescheid sagen und wir sehen uns später zum nächsten woche